Männer spielen wir alle zusammen Real im Royale. Wir spielen kein Fortnite. Ich finde das Spiel auch nicht. Na gut, das Spiel ist an sich nice, allerdings... Mir gefällt es nicht. Also kommst du jetzt gleich? Jetzt sofort? Nein, gerade nicht. Okay, ich drücke den Start. Los geht's! Round, run! Da bremst du mir nervig so eine Musik im Hintergrund, die ich nicht wegstellen kann. Okay, ach nee, du darfst anfangen. Viel Glück. Ah, wir brauchen viel Glück. Oho. Ich komm aus auf dem Eisstiel von dem Eisweiter. Das muss ich kurz wegmachen. Der Boden blutet! Nee, alles gut. Okay, heile. Der Boden... Boden. Äh, Erde. Stachel. Spitz. Müll. Angriff. Mund, Gesicht, Mensch. Hantel. Was ist das? Äh, das ist ein Mensch, oder? Ich hoffe mal, das ist ein Mensch. Ja, das soll ein Mensch sein. Und davon könnt ihr euch jetzt richtig viele vorstellen. Und dann nochmal hier so einen größeren. Der auf die ganzen aufpasst. Der passt auf sie auf. Der Endstift. Das sind das eben Kinder und das ist der Betreuer. Das ist der Betreuer. Und hier hinten steht noch zu flicken Schaukel. Du hast es fast erraten. Easy. Mann, bin ich manchmal echt gut. Kreativ gewalt. Man kann das sehr gut raus erkennen. Kindergarten. Kindergarten. Das ist ein Kindergarten, ja. Das ist ein Kindergarten, ja. Guck mir leid. Ich... Das kannst du dir erraten. Das kannst du dir erraten. Hähhhhh! aisch ... Engelflügel im Braun. Let's go, Boys. NEIN! NEIN! Super, so... hayas Nie nein, oder? stalg Ich höre ich wieder nicht. Seid ihr wieder komplett weg bei mir gerade? Kein Schirm, was das sein soll. Gepäckträger. Ja gut. Hätte sich besser machen können. Was ist los, guck dir das an. Ich bin hier drin. Aber nichts geht. Was war das? Das ist ein Ball. Hi, ich höre ich wieder. Hallo. Was ist das? Komm, das geht nicht. Po. Genau. Nordpol geht nicht. Hä? Es gibt den Nordpol und den... Es gibt den Nordpol und den... Südpol-Attacken! Ach man. Was hier hätte man das herausfunden sollen? Herausfunden? Ausfunden? Euch ist am Start. Ja. Wie soll das da drin vorhanden sein? Es ist nicht schon wieder das, was ich denke, oder? Was? So wie ich Kevin kenne, ist es am Ende... Was hier nicht? Nein, ich bin Kevin. Das war... Bei Niklas. Oh Gott. Oh, eine Oboe. Die Scheiße. Torte. Scheiße, ich bin schon auf Oboe. Die Torte genommen. Ne, warte, welche Kette ist denn besser? LOL. Grüne Haare. Besser. Hä? What? Was? Zorro. Zorro. Ich wusste, dass es... Zorro. Na, aber ich wusste nicht mehr, wie es weiter war. Ich wusste nicht mehr, wie es weiter war. Dieser sollst du ein Anime-Charakter sein. Zorro ist nicht Anime. Zorro ist nicht nur Anime, das Set ist ja Zorro. Was er hier überall eingeritzt in die Gegner und so. Z, 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 z. Schubst du dich um. Ein Schale, genau. Schauen, was es wird. Es wird langsam. Blumanda, save call. Das ist kein Pokémon oder so. Doch, da bin ich mir ganz sicher. What? Da brauchst du's auch noch gelb, alter, what? Was für gelb? Ups. Ey, bei mir ist das voll lang. Hä? Kannst du das so? Classic Niklas. Hä? Ich mach gar nichts. Muschleidig auch schon. Mann, was frisst andere auf oder was macht die böse Sachen, sozusagen? Nein. Ich hätte mir den Energy malen müssen. Das wär geil. Energy, wenn die Sympos grüne wär cool gewesen. Mann, warum fällt mir das jetzt ein? Ich solltest ein Pac-Man bei Monster. Monster, kannst du ein grünes Schleidig malen. Wer hat mich gekickt? Ich. Wahaha. Warum? Oh mein Gott, ich kann mich ja keinen hören, ne? Oh mein Gott, ich kann mich ja keinen hören, ne? Ja, ich wollte oben noch die Wolken malen. Ah, ich hör euch wieder. Hallo. Kein Unterschied. Ihr wart, ihr wart wieder komplett weg. Ach so. Wie soll dein Geräusch denn malen? Sag mir das mal. Ein Donnerkrollen, das kannst du so... Kaboom. Jesus. Nein. Schweden. Oh, stimmt. Nein. Was? F6, ja. Es ist ein... Eis-Kristall, keine Ahnung. Oh, ich weiß es. Easy game. Lass mich nochmal kurz erinnern, bitte. Schneeblocke. Nee, Schneefall. Ich wurde gekickt, bin später reingekommen und bin Zweiter. Super, Cheater. So, ich könnte zwei Wörter nicht fesen. Nein, hau ab. Ähm... Warum? Nee, mein Bruder steht hier. Ich will hier jetzt. Grüß mal dein Bruder, ganz lieb von mir. Was soll das ein Tomali? Was? Was ist das? Alles klar, Alter. Tomali. Was ist denn, Alter? Ah, jetzt hab ich's gegoogelt. Okay, jetzt weiß ich's. Was ist es? Zu leben. Tuulm Ali. Tuulm Ali. Mi schreibst einfach. Allah was ba. das hilft mir nicht wirklich weiter ich kann es nicht nicht danke sehr gut aber ich habe davon die wort noch nie was gehört was ist denn das eigentlich jetzt bitte mal für dumme leute ich habe eine halbe sekunde drauf geguckt weil ich mir es nicht ausgesucht habe das ist hässlich das ist ein auto das ist ein auto warum ist das nicht so lange so noch schneller los post ich finde es auch gut geworden ich finde man kann es sehr gut erkennen das ist kein postbote das ist ein postwagen postauto da stand doch daneben postbote mit einem paketen land bis dahin nicht das war mir noch nicht mal gezeichnet weil es so langsam zeichnet es war außerdem so was in der art wie eine zitrone sein ich bin raus weiß ich doch nicht ist nur salat lecker salat kann man gut cocktail draus machen man kann es erkennen auch wenn es alles grün ist vielleicht hören wir es wieder warum höre ich manchmal nicht das geht mir so auf den piss warum war es nicht so auf den linken ich habe mich wieder nicht gehört ok hi Geh raus hier! Pinocchio? Wolle du nervst? Geh einfach bitte! Der HL war so schlecht! Ich hab doch nicht Pinocchio schreiben können, am Ende ist es wirklich Pinocchio! Aber wie schrei... Aber wie schreibt man das? Ihr könnt es alle nur nicht! Pinocchio? Das sieht so aus! Geht auch Pinocchio! Pinocchio Maximus? Pinocchio? Äh... Pinocchio... Als ob ihr alle Pinocchio nicht schreiben könnt, was soll das? Kann man so unglaublich scheiße sein? Pinocchio? Mit CH? Ich wusste es halt auch nicht! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Oh, warte! So! Der eine Jemals Bidi Gonzalez, die andere Jemals Lanzer! Ach so, das ist halt das Spiel die ganze... Weißt du was ich gerade gesagt habe? Könnte halt ein Schuh sein! Ja! Wie? Wie? Was? Flatsch! Schlafen! 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 Schlafen? Siehst du das da? Der Typ ist krass! Ja, 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 ja... Ja, ja... Du musst das schon mit schwarz verbinden! Ja, ja, oder halt einfach mal so... Oder irgendwie... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Darf ich einen Tipp geben? Ja, bitte... Es gibt zum Geburtstag... Oder zu Hochzeiten, ja gesagt... ÄH! Zu Hochzeiten, ja... Das ist ein Verblitz! Nein! Nein! Ich wollte Kuchen geraten! Was? Was? Die Beine haben genau deine Torte geschenkt! Die sieht aus Zweller hier mit... Wenn da mit seinem Fuß reingehört! Füße sind schön! Junge! Jaaa... Und Hiruti mag Socken! Zacken! Hiruti mag Socken! Zacken Toppen! Niluki Sensei! Niluki! 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 Und weg seid ihr wieder! Und weg seid ihr wieder! Äh... Ja! Großvorschutz, dann hab ich wieder runter, wie gesagt! Titanic! Titanic! RIP! Ja, wir wissen, dass... Jusos Boot! Nein! Ich will keine Zacken machen, diesmal! Ah, 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 ah... Sie... Polen! Dann wird das Boot schon nicht mehr da sein! No! Bootsfahrer mit Doppel-O! Ähm... Wir haben's verstanden, das ist... Ähm... Äh... 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 Ich mach jetzt keine Zacken dran! Ja! Ohne diesen Scheiss-Satz hätte ich's locker erraten! Ich wollte kein Nazi diesmal sein! Das sind dir, äh, äh, dieses was ungespielt hat Draglogs, aber keine Ahnung wie man das schreibt! Was ist das, was, 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 was? Was, was, was? Was, 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 was? Was, 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 was? Ja, das ist der Typ, aber was ist der? Ich lass mit roten Haaren! Ein Vegarder! Attacken! Wie? Wieso sag ich das eigentlich? Ich hab's so lange getippt als du! Aber warum... aber warum sag ich das eigentlich? Das hätte ich gesagt! Ich hab's auch in den Momenten gesagt das, aber ich war trotzdem schneller beim Tippen! Ja, so sieht man gespielt auch aus! Das sind Arschens Haaren, hallo! Was hat der da? Was ist das? Was ist das? Das ist... Das ist ungespielt! Was? Was? What the fuck? Komm auf! Was ist das? Nein! Easy! Easy! Fine! Moritz malt bei mir so richtig langsam! Ich weiß nicht warum! Hä, das ist ein Bug! Das ist bei manchen bei mir auch! Also manche malt übertrieben langsam! Ich weiß nicht! 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 Was ist das? Is das? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Alles gut! Alles gut! Das ist. Was ist das? Das ist... Das weil ich nicht... Was ist das? 6 Buchstaben Nicht ernst nehmen, nicht ernst nehmen, okay Tschö euch wieder, hallo Gefällt mir nicht Wie gefällt's Oh Was Das sollte jetzt eigentlich nicht wie Herzen ausgehen Scheiße Fuck Äh Hier kommt der hin und der da Und hier so What Leute Ich wollte nicht mal so einen Mund machen Ich hab einfach so eine Maus herumgezogen Da kam so einen Mund raus Ja Ja Das ist ein langweil Kurzer Er hat ein Mini Der hier wird erstmal disco viel Oh yeah Ich hab gar kein Schimmer Leute Hä Es ist Rahmen Ich sag's auch noch Ich sag's auch noch Es ist Rahmen Es ist Rahmen Es ist Rahmen Wie soll das Rahmen sein Oh man Es ist Rahmen Schrauben Schrauben Ja Es ist Volleyball Ja Nee ich hab halt den Ball noch nicht gesehen Und da gibt's nur zwei Sachen die so aussehen So eine Filmflatsche Der Ball ist jetzt grad bei mir erschienen Also Batman Ja man auch deswegen Das ist mir doch egal Kämpfe Schläger Hä Pisa will das erkennen Also alle haben's halt erkannt Alle haben's erkannt Alle Es hat sogar ein Kevin erkannt Ach Leute schreib nicht Hilfe Ach Leute schreib nicht Hilfe Das sieht so aus als hätte Kevin ist gemalt Das sind umgedrehte Möwen Wie fliegen die denn bitte Das sind dann echt umgedrehte Möwen Alter Warum sagt ihr das auch noch Jetzt musst du beraten du vollidiot Alles klar Oh da kann man Möwen nicht falsch schreiben Wer hat's grad verraten Möwen Ich sag dir das sieht so aus wie umgedrehte Möwen Und er dann so Verrat's doch nicht Möwen 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 Oh mein Gott Oh Ich war doch eine halbe Sekunde später Oh wie geil Wie geil Ja Warte nicht im Stumpf Penis Das kann jetzt schon nicht mehr gut werden Vorhaut Ne vor allem bei mir ne das ist Oh Hallo da Gatio Gatio Äh Okay weg ist es Alter was Mann Hä Hä Ist ne fucking Hand aber was ist in der Mitte von der Hand In der Innenseite Was in der Hand? Innenseite? Mit Mitte Finger Hä Was ist das? Der Kevin weiß es wieder Ach Handfläche Hä Die Handfläche Das ist das wenn du die Hand aufraust Und Danach ein Bild machst von deinem Fuß und mir schickst Was ist die Handfläche? Katastrophal Wer ist dran? Habt ihr nicht den tollen joke gehört den ich gesagt hab? Nein Warum nicht die ganze Ich hab mit Handfläche grad voll den coolen joke gemacht Dann sag nochmal neu Hat Schloss ne neue Rechtschreibung verpasst gekriegt oder was ist das? Das ist auch nicht Ich hab auch grad Schloss Ich hab schnell hingeschrieben und ich so Warte das passt nicht Oh stimmt das passt gar nicht Was ist das? Das ist auch die Mit Knochen sein da oben Also das soll so eins sein Jetzt siehst du erstmal das mal alter Das ergreift vieles Ich bin ja auch ein Künstler Ja der wahre William Shakespeare der doch bist Ich hab's oh mein Gott William Shakespeare war nicht Maler Wissen du dass ich es gut gemacht hab? Ja Wissen du? Ich schreib mir an Mit A? Meine Ahnung Es war für ein Kloß Ja Ach Haken 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 Das ist der, der die Mitte meilen musste und nur so'n grün Ball gemacht hat. Piss like! Sieht aus wie ein Freund. Das soll keine Pisse sein! Pisse aus meinem Arsch! Da ich dir die vierte Judenfresser von Kals Mutter! Ich weiß nicht! Das müsste so'n reichen! LOL! What? LOL! LOL! Das hat gereicht! Sehr gut gemacht! Sehr gut gemeint! Man kann es nur erkennen! Wirklich! Leute, das ist so simpel! Was verkaufen kleine Kinder? HALT DIE FRESSE! Ja, Limon! Siehste! Lomonade! Einfach... Lomonade! Ich hab's mal... Lomonade! 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 Ich hab' jetzt schon gekippt hab' ich das Gefühl! Was wollen Sie? Was wollen Sie? Lomonade! Lomonade? Fark! Ich föl' jetzt Sie sich auswählen, ich hab' keine Ahnung, was Sie haben! Wer tut denn Barleiter spielen? Ich föl' den Mon... Ich föl' ne Lomonade! Lomonade! Imo fahre! Ich... Ich will ne P-Lonade! Euer Bist... Sykust... Rrrr! es werden die mitte geschickt ja sieht halt echt so aus das ist traurig ich will das kann man richtig gut erkennen Löwenzahn du hast doch schon das richtige wort dafür gesagt warum ich es nicht wusste ok leute es kann jetzt Katastrophe werden ja erwartet jetzt nichts gutes das gefällt mir nicht das wird jetzt schon nicht gut scheiße alles ich hab voll gut gemeint finde ich kann man erkennen oder schwitzenklasse ja Picasso ich sag doch du bist Picasso schluss was ist das Oh mein Gott, das war die Welt! Will I'm a Disconnected?